UNTERTITELUNG Wie alt bist du, Simon? Ich bin zehn Jahre alt. Sag mir, was du siehst. Eine Treppe. Sieht aus wie eine alte Fabrik. Was siehst du jetzt? Ich hab jemanden umgebracht. Das ist 15 Jahre her. Er hat einen Mord begangen vor 15 Jahren. Der Junge ist gerade mal zehn. Er braucht deine Hilfe. Hier ist es. Sehen Sie, ich bin ein Mörder. Ich weiß, warum ich in dieses Leben zurückgekehrt bin. Es ist noch ein Mann übrig, den ich töten soll. Du willst mir erzählen, dass ein zehnjähriges Kind vor 15 Jahren einen Mord begangen hat? Ja. Jedenfalls behauptet das ein Anwalt. Und was für einen Deal hattest du mit ihm? Was war das für ein Deal? Du wartest draußen. Was für ein Spiel spielen sie mit uns? Er ist der Mann, den ich töten werde. Simon! Ich bin ein Mann!